Du sagst ja natürlich, die negativen Aspekte, die äußern sich so oft nicht. Und ich finde halt auch sehr wichtig gleichzeitig, wie man sich damit arrangiert, also auch als Führungskraft. Also ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Firma, da haben die Führungskräfte bzw. meine in dem Fall, hat bei allen Leuten im Team ständig irgendwie probiert, diese negativen Seiten oder das, was man nicht so gut kann, dahingehend zu optimieren, um sozusagen auf allen Ebenen gleich zu sein, so dieses klassische Schulprinzip. Also ständig irgendwie auf diesen Schwächen herumzuhacken und ja, da könnte man dich dort in eine Schulung schicken so ungefähr. Und ich glaube, das ist in Summe ein sehr schwieriges Verständnis von Führung, weil ich meine, ja natürlich kann man probieren, irgendwie vielleicht ein paar Leute an ein paar Ecken ein bisschen anzuheben, aber ich glaube, da wo halt sozusagen der gesamte Zug, also dein Team so richtig ins Fahren kommt, ist halt dann, wenn ungefähr jeder an seinen Stärken ständig, also mit seinen Stärken Aufgaben erledigen kann und Dinge, die er nicht so gut kann, halt im Idealfall, und da kommen wir jetzt eben zu unserem Thema, es eine andere Rolle im Team gibt, die das, was der eine nicht so gut kann, da liebend gerne einspringt, weil das genau das ist, was diese Person geradezu am liebsten macht. Und dann großartigerweise, große Überraschung, dann auch gute Sachen dort dann herauskommen. Vielen Dank.